hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video in diesem video stelle ich euch den lileo duo cup vor also bleibt dran und viel spaß mit dem video so leute und zwar gibt es am 13 4 den lileo duos cup auf brasilianischen servern jeder kann da mitmachen also jede plattform ist kann da mitmachen switch mobile pc xbox sowie playstation bisher haben sich 16.000 leute registriert um da teilnehmen zu können müsst ihr einfach auf diesen klopft drücken und ich werde natürlich in die beschreibung verlinken den cup hier der cup ist relativ placement basiert sprich top 25 bekommt 6 punkte dann runter bis top 7 auch ein punkt dann top 6 4 bis ja bis top 4 top 3 7 top 2 7 und für den epischen zehn punkte ein kill ein punkt late game wird wahrscheinlich sehr stacked sein deswegen eher auf late game spielen und ja der cup ist in drei abständen gegliedert die besten 500 aus runde 1 kommen in die 2 hinten und die besten 50 teams kommen in die dritte runde und ab da kann man placement und ab da bekommt man pricepool man kann da insgesamt 10.000 dollar gewinnen und das war es eigentlich auch mit dem video ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen wenn ihr dann das like da und abonniert den kanal falls ihr noch nicht abonniert meines kanals sein ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal